Wenn du andere Bücher siehst, fängt erst mal so an. Ja, meine verehrten Leser, falls es irgendwelche Fehler geben sollte, melden Sie sich bitte. Vielleicht können wir nochmal darüber diskutieren nach dem Motto. Hier steht kein Zweifel. Hudellil muttaqin, Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Es gibt zwei Arten von Rechtleitung. Einmal die Rechtleitung des Erfolges, die kommt von Allah alleine. Und einmal die Rechtleitung des Zeigens. Ich kann sagen, ich leite dich Recht im Sinne von, ich zeige dir die Rechtleitung. Hier, das ist der Koran. Aber Rechtleitung im Sinne des Erfolges kann nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und wen leitet der Recht? Ein muttaqin. Und wer sind die muttaqin, weißt du nicht. Allah weiß das. Weil diese Taqwa, diese Gottesfürcht ist im Herzen. Allah sagt im Koran, auch in Surat al-Yassin, dort sagt er, Du kannst nur denjenigen wahren, der der Ermahnung folgt und den All-Erbarmer im Verborgenen fürchtet. Aber du weißt nicht, wer das ist. Und deswegen sollen wir immer eine gute Hoffnung haben. Immer die Menschen gut behandeln. Weil vielleicht dieser Mensch, der jetzt so weit weg ist vom Islam, vielleicht hat er morgen schon den Islam angenommen. Guck mal, wie viele Beispiele wir haben. Guck mal. In der Zeit des Propheten, a.s. Amr al-Khattab, radiyallahu anhu. Guck mal. Er war ein Mann weit weg vom Islam und dann hat er auf einmal den Islam angenommen und verteidigt. Khalid ibn Walwalid. So viele Beispiele, die den Islam bekämpft haben und dann zum Islam gekommen sind. So viele Beispiele von denen, die auf den richtigen Weg gekommen sind. Deswegen sollen wir, fällt mir manchmal auch schwer, wenn man so Leute sieht, die den Islam beschimpfen und so weiter. Aber wir dürfen nicht ausflippen. Besser aus dem Weg gehen, wenn man sieht, das bringt nichts. Aber Allah leitet die Herzen recht. Allah dreht die Herzen, wie er will. Manchmal jemand, von dem du es niemals erwartet hättest, der nimmt auf einmal den Islam an. Subhanallah. Und deswegen sollen wir nie die Hoffnung aufgeben. Hudalli al-Muttaqin. Wer sind die Muttaqin? Allavina yu'minuna bil-gaybi. Die, die an das Verborgene glauben. Was ist das Verborgen? Das, was wir nicht sehen. Das, was im Jenseits passiert. Die Eigenschaften Allahs. Engel und so weiter. Allavina yu'minuna bil-gaybi. Wa yu'quimuna salata. Wa mimma razaknahum. Nun fikun. Die, die, also das Verborgene glauben. Und das Gebet verrichten. Und die Zakah geben. Und die, die an das glauben, was wir zu dir herabgesandt haben. Und. Unzila munkablikah. Was vor dir herabgesandt wurde. Was ist das? Tora, Injil. Zabur. Und Bücher, die uns nicht erwähnt wurden. Aber was? In ihrer unveränderten Form. Denn Allah sagt in Surah 2, Vers 79. Dass sie die Bücher verändert haben. Er sagt. Fawailu lil-lazina yaktubu'nu kitabu bi-aydihim. Fummu yakuluna haza min-endi Allah. Li yashtarau bihi thamenun qalila. Und dann sagt er. Wa bil-akhiratihum. Yukinun. Yukinun. Ich weiß nicht. Mukinun oder Yukinun. Yukinun. Und bei dem Akhirat, bei dem Jenseits haben sie Gewissheit. Sie haben Gewissheit auf das Jenseits. Kein Zweifel. Die Dinge, die passieren. Und das ist eine wichtige Eigenschaft der Gläubigen. Dass du dir bewusst bist, was passiert im Jenseits. Was passiert im Jenseits. Der Prophet, a.s.w. Der sagt, das Paradies ist jedem so nah wie seine Schnürsenkel. Und das Jena ist jedem. Und das Höllenfeuer ist jedem so nah wie seine Schnürsenkel. Warum? Weil kann sein, dass du morgen schon weg bist. Kann sein, dass du morgen tot bist. Dass der Tod morgen kommt. Was passiert im Jenseits. Daher Kate H varint. Untertitelung des ZDF, 2020